moin moin und willkommen zur 163 folge the british forces wir spielen usa wir spielen 3v3 und zwar zusammen mit einem sowjet spieler und einem briten was war das gerade naja magic knob ist unser britter und unser sowjet ist sz romantic zs und wir spielen gegen zweimal wehrmacht einmal okw noli h5 1 1 ist unser okw spieler und scarab und scherata warnum das ist auf jeden fall unser zweiter wehrmacht spieler genau okw wehrmacht ist richtig ja ihr seid echt lustig ich meine ich mache das gerne kein problem ich bin ein bisschen für die falsche position muss man ja mal sagen also ein bisschen dauernd wird das egal wir schauen einfach wir schauen einfach okay jetzt macht das jetzt macht das jetzt macht das so hier wird es jetzt eigentlich interessant scheint aber nichts zu kommen okay 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 da sind sie normale pioniere okay das ist gar nicht so schlecht direkt hinterher genau damit wir haben keine munition schade okay das ist ein problem das ist ein problem der zweite trupp geht man dadurch jetzt bin ich gerade überlegen krankenwagen eventuell für die flanke holen gucken wir mal ja aber interessant also so der aufbau sieht jetzt eigentlich schon fast genauso aus wie das letzte spiel nur andersrum letzten endes ja doch da probieren wir uns noch mal eben genauso wie hier müssen wir noch mal gucken nur mal gucken nur mal gucken so krankenwagen okay selbst hier ist so schweres mg scheiße okay tschüss da habe ich keinen bock drauf wir klauen euch gerade mal hier den treibstoff punkt ihr penner finde ich gut eigentlich müssen wir jetzt mal eben sparen auf den hier da kommen sie wir haben den punkt aber schon weggenommen mehr bringt uns im moment eh nicht das bringt uns auch nichts okay wir haben hier echt das problem mit diesen blöden mgs da kommen wir mal ganz kurz hin er wird den ja gleich haben so da müssen wir auf jeden fall noch mal gegen da müssen wir auf jeden fall noch mal gegen halten das geht nicht du kriegst mein krankenwagen nicht warum muss der denn jetzt noch drehen machen wir es einmal so wieder rein einfach mal ein bisschen verarschen auch dass ihr zwar beschossen werdet aber er kann den krankenwagen nicht beschießen das war nämlich gerade gar nicht so unwichtig Okay. Gut. Ich scheine das da so einigermaßen hinzukriegen. So, Lieutenant. Äh, wobei... Scheiß auf Lieutenant. Ging gleich ein weiter. Oh, 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 boah. Oh? Aua. Aua, aua, aua. Hei, 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 hei. Okay, dann müssen wir wirklich irgendwas tun. Ähm. Ja. Schön, dass ihr immer durch die ganzen Minen laufen müsst. Das ist eigentlich nicht so klasse. Hm, ich glaube, wir nehmen mal eben die Bewaffnung mit. Oh, das hat schon echt wehgetan. Das hat schon echt wirklich wehgetan. Ei, 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 ei. Leute, macht mal ein bisschen schneller hier. Ihr habt das auch gleich fertig. Naja, gleich ist übertrieben. So. Ihr werdet das dann nochmal probieren. Zack. Und nochmal zack. Und ab nach vorne allesamt. Und dann werden wir mal hier mit Artie anfangen. Ich glaube, das ist nicht so doof. Ah, da, 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 da. Okay. Hehe. Muss er wirklich nochmal nachlaufen. Au. Noch eine scheiß Mine. Egal, wir haben ihn das weggenommen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir mal irgendwie hier so sehen, dass wir diesen Punkt mal bekommen. Das wäre mal echt klasse. Was ist da? Oh, fuck. Oh, fuck. Und der ist noch so weit hinten. Das ist nicht so geil. Das ist gar nicht so geil. So, Jungs. Ihr werdet jetzt nochmal eben hier gucken, ob ihr da nochmal einnehmen könnt. Das wäre doch super. Äh, ja. Da habe ich schon wieder ein bisschen gepennt. Heilung, 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 Heilung. Dann nehmen wir das halt mal ein. Ah, okay. Geht doch. Äh, wo ist denn der jetzt? Das Fahrzeug scheint weg zu sein. Hm. Da oben ist es jetzt. Äh, Kai? Okay. Da sind auch wieder Typen. Die wollen uns den jetzt wegnehmen. Na, geht mal einmal da bitte gucken. Möchte zumindest wissen, was da so geht. Dann machen wir das halt. Kein Problem. Oh, guck mal. Da ist ein MG. Das wäre geil. Das schnappen wir uns doch mal direkt. Äh. Naja, die kriegen das nicht gedecapt. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber schaut mal, wir haben jetzt ein MG. Und dann sogar ein schönes. Also nicht so ein Pipi-MG, sondern so ein richtiges MG. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Jetzt dürfen wir nur nicht hier irgendwie von hinten quasi aufgeräumt werden. Das, was jetzt halt gerade passiert. Dass wir nämlich die eine komplette Flanke erstmal verlieren. Was ja auch klar ist. Ah, vielleicht sollten wir den mal eben hier rüber holen. Einfach mal so spaßeshalber. Komm schon. Zack. So. Dann packen wir nämlich das MG, glaube ich, hier rein. Wenn er da jetzt nicht rein will. Wobei mir das eigentlich relativ egal ist. Ja, er will da rein. Äh, ja. Dann nehmen wir mal das. Pupupupupupo. So, Jungs. Das haben wir auch eingenommen. Äh, okay. Dann kann ich nur sagen, scheiß auf die Flanke. Irgendwie. Gucken wir einfach, dass wir da immer wieder so viel wie möglich einnehmen. Close? Ach so, er meint mit, mit Dings. Ja, mach mal keinen Stress. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein Glück gehabt. Könnt ihr mal raufhalten, so gut es geht. Oh, fuck it. Fuck it. Das ist uncool. Das ist ein bisschen uncool. Kommt schon. Kommt schon. Bewegt euch. Bewegt euch. Ah, wie hier die ganze Zeit die sich nicht bewegen. Weil die auf den Arsch kriegen. Okay, scheiß drauf. Wir verpissen uns. Er verpisst sich auch. Perfekt. Da ist ein Mörser. Dann werden wir mal eben Pupupupupupupupup. Einmal so zumachen. Einmal so zumachen. Und dann gucken wir einfach mal. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Äh. Okay. Da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ja, komm, wir holen uns einen Etappentrupp nach. Okay. Was machen wir denn hiermit? Bleiben wir da jetzt erstmal? Auf jeden Fall werden wir nochmal ein Stückchen ran. So, ihr Jungs. Ihr schnappt euch mal Bewaffnung. Sofern wir das alles mitkriegen. So. Ich mach's da mal einmal dicht, bitte. So. Habt ihr jetzt Basukas mitgenommen? Na, scheinbar. Da sind die Spacken. Äh. Bus. Ah. Okay. Das ist nicht so schön. Das sieht irgendwie nicht so richtig aus. So. Das ist grobe sechs. Und die sammelt sich mal hier irgendwie. Ah, guck mal. Lassen sie sich sogar direkt einfach mal abknallen. Find ich ja geil. Können wir uns mal gleich deren Mörser schnappen. Das find ich ja richtig geil. Das find ich ja richtig geil. Und schon. Nein, nicht alle. Wir müssen die das mal eben kurz machen. Da müssen die das mal kurz machen. Den würde ich nämlich schon ganz gerne haben. Guck mal da. Guck mal da. Okay. Stück zurück. Auch mal ganz kurz. Mörser schnappen. Komm schon. Und abhauen. Danke. Einmal nachrüsten. Und dann. Müssen wir die nochmal gruppieren. Sieht doch aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. So. Ah, da kann auch ein bisschen Heilung gebrauchen. Oh, oh, oh. So, dann werden wir jetzt nochmal eben schnell hier hin. Halt. Wir wollten eigentlich was ganz anderes. Wollten hier eigentlich mal zumachen. Das haben wir nämlich immer noch nicht fertig gemacht. Na, komm, so. Dass das auch mal zu ist. Ja, egal. Das machen die jetzt mal eben so. Hier kommt nach vorne. So. Okay. Joa, ne. Eigentlich geht's uns ja relativ okay. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter so machen. Dann geht's uns irgendwann auch sehr gut. Wir werden jetzt mal hier so durcheiern. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Das ist ein bisschen sehr uncool. Na, die schaffen das aber. Alles gut. Alles gut. So, da ist jetzt dicht. Da könnt ihr mal dicht machen. Und da auch nochmal. Und ihr. Maschiert jetzt hier mal so schön sneaky sneaky. Und stellt fest, dass das schon was ist. Ja, okay. Da ist das blöde MG. Ja. Ha, ha, ha. Dummer Penner, ey. Jetzt haben wir dir das weggenommen. Das ist jetzt uns. So, der Trupp geht auch nochmal hinten rum. Ruppdidoo, ruppdidoo. Das wird noch ein Schuh. So, Mörser. Äh. Mörser. Und das Ding auch. So. Dann passt das auch. Das wie, wo, wann? Ah, da kam er schon. Da kam er schon. Kann mal eben kurz da hin. Wo sind sie? Wo ist er denn jetzt? Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal das hier alles wieder eingenommen. Äh. Das gehört jetzt uns. Er checkt das auch gerade nicht so richtig. Kann das sein? Naja. Werde ich mal ruhig. Das ist okay. Merkst du eigentlich, dass hier ein bisschen mehr sind? Nee, wa? Das hält dich auch irgendwie gar nicht so richtig. Da sieht das auch alles soweit gut aus. Bis auf, dass der Mörser da so weit vorne ist. Was auch immer das soll. Die haben sich echt gerade zusammenschießen lassen. Oh Mann. Oh, oh, oh. Ja, wir werden jetzt mal die schwere Kavallerie nehmen. Hust, hust. Und uns dann mal hier so einen Krupp ranholen. Oh, was geht denn da jetzt ab? Alter, Schwede. Das ist jetzt aber dann doch ein bisschen mehr als erwartet. Komm schon. Fuck. Du läufst mal. Du auch. Das gefällt mir nicht. Ist mir jetzt aber gerade eigentlich relativ egal. Erf die Granate. Dankeschön. Was liegt denn da? Aber sogar. Da müssen die mal hier hin. Kommt schon. Kommt schon. Na. Okay, wir müssen hier weg. Punkt wird überrannt. Scheiße. What? Wir haben eine Infanterieeinheit verloren. Wo? Ja, wo denn? Hä? What the fuck? Bin ich jetzt ein bisschen beleidigt? Da bin ich jetzt aber ein kleines bisschen beleidigt. Mann, Mann, Mann. Ist er eigentlich aufgebaut? Ja. Alter, wir haben richtig, richtig übelst verloren gerade. Wir haben zwei Gruppen verloren. Durch die scheiß Aktion. Ha. Nö, wir behalten unsere Manpower jetzt erstmal. Die brauchen wir jetzt auch. Die sind soweit fertig. Ja, das sieht gut aus. Ah, wahrscheinlich, weil die ewig weit außen rumlaufen mussten, ha? Kann das sein? Ja, gut. Das war vielleicht ein bisschen hausgemacht. Das Problem. Kann ich nachvollziehen. Was, was, was? Warum sind die hier? Warum stellt ihr euch immer zu uns hin? Was soll die Scheiße? Ich meine, ich stehe nicht umsonst so extra ein bisschen abseits. Was stellt der Idiot sich da direkt hin? Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. So. Hm. Würde ich sagen, dann werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen rüberlugen. Ja, wobei hier ist erstmal mittig viel wichtiger. Ja, wir brauchen noch so viele Kommandopunkte. Ja, komm, wir holen uns jetzt mal einen Jackson. Nee, Moment. Wir holen uns erstmal das Ding hier hinten. Das finde ich irgendwie viel cooler. So. Der Mörser kann sich mal hier irgendwo aufbauen. Hallo? Hm. Keine Ahnung, was das jetzt war. So. Bam, 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 sag ich da nur. Hä. Vor allem, den haben wir immer noch nicht repariert. Können wir eigentlich jetzt mal machen. Okay. Dann können wir ja doch hier hin. Dann können wir ja doch hier hin. Joa. Sieht auf jeden Fall im Moment ganz okay aus für uns. Hier werden wir unseren Jackson hinschicken. Okay. Hier auch nochmal ran. Eine Granare, bitte. So, da ist unser Jackson. Das ist schon mal gut. Das schicken wir einfach mal hier hin. Die sind ja auch drauf hier, ne? Schon ein halbes Kamikaze-Ding. Dummdi-Dum. Okay. Geht das aber auch gerade ab. Mann, Mann, Mann. Joa. Können wir eigentlich auch genauso gut das MG nochmal rüberholen. Da haben sie ne Pack. Was? Oh. Was soll denn der Scheiß? Ja. Mein Gott. Die holen wir uns dann gleich wieder. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich wäre ja mal echt glücklich, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Panzer oder so mal treffen würden. Da wäre ich echt froh drüber. Mal irgendwie einen Panzer wegschießen. Hm. Aber irgendwie... Kommen hier keine, ne? Ja, genau da will ich ja hin. Genau da will ich hin. Guck mal da. Äh, okay. Was macht er denn da? Vor und zurück. Okay. Die sollten sich mal verpieseln. Die auch. Dumm, dumm, dumm. Äh, ja. Was macht er denn da? Er ist da drauf. Alter, dieses Scheiß-Auto. Dieses verfickte Auto da im Weg. Ne, 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 ne. Man kann es doch übertreiben, mein Freund. So wie du es gerade tust. Okay. Granade. Schnell. Granade. Oh, Norde. Wo ist die Renade? Da ist sie. Au, 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 au. Die haben keine Fahrzeuge. Was ist das für eine Scheiße? What the fuck? Da. Toll. Mal vollkommen falsche Ecke. Super. Jackson, Jackson, Jackson. Ja, Jackson, Jackson, Jackson. Wie auch immer. Näh. Too late. Schade. Äh. Du fucking MG. Das ist vollkommen falsch. Razzo MG. Brazo, Brazo, Brazissimo. Äh, ich seh schon, was du vorhast, so Arsch. Das ist hier aber, ne. Da musst du dich schon ein bisschen gegen wehren. Okay. Einmal weg. Einmal weg. So, Jungs. Macht hinne. Musst mal wieder ran da. Genau. Kriegst ihr sie noch? Wäre sehr goldig. Mäh. Das kommt einfach zu schnell. Er wirkt sich auch gerade einfach nicht. Er will sich einfach nicht. Wow. Wieder genau rein. Okay. Okay. Oh Mann, das arme MG. Das hat weh getan. Das hat Aua gemacht. So. Zwei Punkte noch, ne. Ne, drei. Ja, das ist doch nix. Guck mal, was da kommt. Guck mal, was da kommt. Guten Tag. Und hopp. Wieso kam da jetzt keine Granate? Doch, irgendwie kam sie, ne. Komisch. Egal. Oh, da kommen jetzt auch noch welche. Ein Ziel für unseren Jaxon. Ein Ziel für den Jaxon. Ein Ziel für den Jaxon. Bam, bam, bam. Der ist ja drauf. Der ist ja richtig drauf. Bescheuert, ey. Einfach nur bescheuert. Aber das, da fährt mir echt nicht viel zu ein. Nee, nee. Nee, nee. Ehrlich. Ah, sehr schön. Guck mal, was wir da haben. Der kann sich nochmal verziehen. Der auch. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. So, da kommt man schön hierhin. Ihr müsst euch jetzt mal bewegen. Wir brauchen euch hier mal. Dum, di, dum. Dum, di, dum. Ähm. So. Aber machen wir das doch ganz gut hier. Au. Stehen wir ein bisschen... Alter. Müsst ihr euch so näher immer bei mir ranstellen? Was soll die Scheiße? Jedes Mal dasselbe. Was soll denn das Scheiß? Mann, Mann, Mann. Nervt grad richtig. Meine Fresse. Was liegt denn da? Nehmen wir mit. Kein Ding. Toll. Wenn auch der das mitnehmen hätte können, oder was? Nee. Wollte schon sagen. Ei. Äh, okay. Okay, okay, okay. Die müssen wir uns mal einmal rausbewegen. Kein Bock, hier weggeschossen zu werden. Gut. Alter. Wie das abnervt, ey. Ja, gebt auf. Ist okay. Könnt ihr gerne machen. Ah, wir müssen hier nochmal weg. Einmal weg hier. Oh, guck mal, was da gerade angeschissen kommt. Panzer 4. Jo, ein jüchter kleiner Panzer 4. Das ist ja knuffig. Ja, war jetzt auch voll der Plan, rückwärts sein zu fahren. Auf jeden Fall. Na. Schmeckt dir das? Komm schon. Komm schon. Mäh. Doch. Aha. So wie es sein soll. Dummdi-Dum. Äh, was ist denn hier hinten los? Er hat's gefunden. Shit. Er hat den Offizier erwischt. Fuck it. Das war jetzt bitter. Das war jetzt richtig bitter. Hallo. Lickst du dich jetzt mal weg? Schießt du mal auf die Stuck? Wäre dir sehr verbunden. Na toll. Oh, nervt mich das gerade. Und alles, weil die immer wieder da an der gleichen Stelle stehen, wo wir stehen. Alter. Okay. Scheiß auf. Ich stehe da jetzt nicht mehr vorne. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe jetzt gerade so viele Verluste durch die Kacke eingefahren. Ja, genau. Noch eine Geschützbedienung weg. Ist richtig. Ich war schon am Zurückziehen. Fickt euch. Hallo. What the fuck? Wieso ist der da langgefahren? Alter, ich kriege gleich einen Raster hier. Ohne Witz. Kann man das jemandem mal bitte erklären, warum der da gerade langgefahren ist? Das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Ah, Stress. Das ist gerade echt Stress hier. Und es nervt. Mann, 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 Mann. So, jetzt geht ihr mal da hin. Ja, toll, ey. Hälfte ist draufgegangen. Fickt euch doch, ey. Endshaft. Schnauze voll. So. So langsam drücken die uns eisig halt weg hier. Was soll der Scheiß? So aber nicht. So aber bestimmt nicht, mein Freund. Nee, 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 nee. Das kannst du mal vergessen. So, komm. Den hinteren festpinnen. Das wär perfekt. Komm schon. Pinn ihn fest. Mach den meinetwegen gleich kaputt. Mir auch egal. Mir auch Wurst. Schnauze voll. So. Schießt sie weg. Komm schon. Den einen Mann da. Danke. Will die Waffe haben. Gib mir die Scheißwaffe. Mach dieses Scheißding weg. Und ihr auch. Da. Alter. Nicht stehen bleiben. Und hat keine Zeit zum stehen bleiben. Du müsst uns hier rum kümmern. Genau. So, ihr Spacken, ey. Mir reicht's jetzt. Endgültig. Meine Fresse nochmal. Kann ja wohl nicht angehen hier. So, komm. Noch eine Granate, bitte. Ich hab gesagt, ich möchte eine Granate sehen. Hopp, hopp, hopp. Fick dich. Fick dich. Nimm diese Waffe mit. Nein. Mann. Geht doch. So. Gegenfeuer. Krass aus hier. Mann, Mann, Mann. So, und wieso gammelt ihr hier rum? Was soll der Quatsch? Mann. Ihr regt mich echt auf. Alter Schwede. Konzentriert euch doch mal auf das Wesentliche. Mann. Ist ja unglaublich hier. Kackverein. So. Jetzt ist raus. Toll. Kann hier aber auch grad nicht viel machen. Hopp, hopp, hopp. Nee, nicht nachrüsten. Grad nicht. Wir brauchen erstmal einen Krankenwagen. What? Mann, der nervt doch ab, der Typ, ey. Weg, 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 weg. Ob das Willen. Da kommen sie nämlich gleich schon wieder. Die ganzen Spinner. So, Krankenwagen. Immer noch nicht. Alter. Ich will einen Krankenwagen. Mann. Wird das doch nie was hier. Wow. Okay, die haben anscheinend schon Artillerie-Geschütze. Kann das sein? Immer rauf da, bitte. Komm schon. Immer rauf da. Fuck. Ist mir grad egal. Muss grad ein bisschen hier. Genau. So. Okay, jetzt können wir auch anfangen wieder mit dem Nachrüsten. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Okay, der ist Fitnet-Trop. Stopp. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ja. Hm. Kann man den auch genauso gut auf 3 legen? Ach schön, jetzt ist der auch wieder draufgegangen. Boah, ist das nervig. Ist das nervig hier grad. Äh, okay. Das ist jetzt grad nicht so geil. Das ist grad eigentlich sogar ziemlich assi. Ähm, ja. Nein, halt. Sollte das schon einnehmen. Fuck. Ah, vorbei. Nix, fuck. Alles gut. Kommt schon. Genau. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Genau deswegen bin ich hier. Kein Problem. Ähm. Weg mit dir, du Wichser. Komm schon. Alter. Jetzt geh drauf. Danke. So. Jetzt schießt mal eben die weg. Das wäre sehr nett. So. Genau. Ihr wisst, was du tun hast. Ihr wisst, was du tun hast. Genau. Okay. Jetzt werden wir nämlich mal hier drüben einmal reinlugen. Wollen wir mal eiskalt rüberfahren. Ach, guck mal an. Guck mal einer an. Macht ihn tot. Hallo. Danke. Macht das Ding kaputt. Kommt schon. Kommt schon. So. Und wir werden jetzt mal eben hier dieses scheiß Mörser mal kaputt machen, ey. Die gehen mir ja so auf den Sack, ey. Alter Schwede. Hahaha. Die ganzen Krupp direkt kaputt gemacht. Wow. Wie böse ist das denn? Da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Aber. Alles gar nicht so schlimm gerade. Oh Mann. Der ist ja auch drauf. Dass er meint, dass er das hinkriegt. Krass. Interessant. Ja. Meinst du, ich lasse dich da noch weg, oder was? Jetzt mal ernsthaft. Glaubst du das wirklich? Da fahre ich jetzt hinterher, ey. Das ist mir scheißegal. Den hole ich mir. Was? Alter. Mach zu. Oh ja, jetzt kannst du es vergessen. Jetzt kannst du es vergessen. Ja. Egal. Lieber durch so eine Sache, ne, als durch die Scheiße, die sie da die ganze Zeit gemacht haben. Ganz ehrlich. So, jetzt sparen wir uns mal ein bisschen Manpower an. Ist mir scheißegal jetzt hier. Ah, das Ding können wir eigentlich mal kurz kaputt machen. Mal eben schnell. Nichts nachrüsten. Okay. Brauchen ganz schön lange. Oh Mann. Wir haben eindeutig zu wenig Raketen dabei. Schneller. Danke. So. Okay, wir könnten uns jetzt den Panzer schon wiederholen. Sollten wir aber nicht tun. Aus mehrerlei Gründen. Nee, also wenn, dann holen wir uns jetzt erst nochmal einen hiervon. Er hat nämlich nicht so hohe Anforderungen und dementsprechend wird er uns nicht so krass angerechnet. Einfach mal den ganzen Kack einnehmen. Ah, die wollen nicht aufgeben, ne? Kann ich aber auch irgendwo nachvollziehen. Shit. Oh. Ja gut. Mann. Das war aber echt anstrengend. Das war jetzt aber echt anstrengend. Also vor allen Dingen, dass die die ganze Zeit sich immer irgendwie an uns geploppt haben, ey. Das war ein bisschen nervig. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, wenn man selber drei Truppen hat, die quasi immer zusammen rumlaufen, die man eigentlich ja in Anführungsstrichen lieber zusammen rumlaufen lässt, einfach nur um es besser laufen zu lassen. Und dann so, ey. Mäh. kommen die immer angeschissen. So ein Kack. Naja. Wir haben es ja noch geschafft. Toi, toi, toi. Aber der eine Glückstreffer da eben mit dem Pershing. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wow. Naja. Ja. Da haben wir aber gut rausgehauen, würde ich sagen. Das ist Scarab. Oh, das war der Levelhöchste. Hat da auch am meisten rausgehauen. Ja, aber sieht auch soweit ganz okay aus. Außer, dass wir ein bisschen viele Verluste hatten. Ein bisschen. Ja. Das war hier der mittlere Angriff von denen. Ai, 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 ai. Ja, das mit dem Pershing, ne? Der erste, ey. Der hätte echt nicht sein müssen. Den hätten wir echt nicht verlieren dürfen. Dann wäre das vielleicht alles auch ein bisschen leichter insgesamt gegangen. Aber, ey, was die da alles an Flugzeugen rausgeballert haben. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. Nun gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Und, joa, war doch eigentlich noch ein ganz schönes Spiel. Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.